Musik Am Freitag gegen 13.10 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Türkheim und Ettringen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Traktor waren aus bisher ungeklärter Ursache kollidiert. Der Traktor stürzte bei dem Aufprall um. Beide Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim sicherten die Unfallstelle und streuten auslaufenden Kraftstoff mit Ölbindemittel ab. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, dem Notarzt sowie einem Einsatzleiter vor Ort. Ebenfalls im Einsatz war eine Streife der Polizei. Zum genauen Unfallhergang und Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich. Wir berichten nach.